Das ist so dumm, Alter! Das ist wirklich wieder so ein dummer Wot! Ich check das nicht, Mann! Hä, wieso haben wir jetzt ne andere Map, Digga? What the f***? Die Map ist viel besser. Ne, ist denn nicht die Saubesch***ten, Mann! Man rennt immer hin und her, das war direkt tot! Digga, ich bring den jetzt gleich um, wirklich. Der geht mir so auf den Nerv einfach. Ja, ich werd mich damit safen. Tim kann mich auf jeden Fall alibieren. Wo war er? In Lab, oder? Ne, ich hab den Lab nicht gefunden. Ne, in Lab war grad Sabine und ich, da liegt keiner. Dann lag er auf dem Field, tatsächlich. Wo hast du ihn gefunden? Ne, liegt vor Camps. Ich war mit Tim Jacobs zuerst im, äh, Dingens Raum auffüllen und hab da keiniges damit gemacht mit Caruso. Tim Jacken hat dabei zugeguckt, ich weiß auch nicht warum. Das ist aber actually easy. Wer war denn, wer war denn O2 als Lichter aus waren circa? Da bin ich schon hoch in Lab gelaufen. No. Tim war auf jeden Fall deine Ecke. Tim ist auf jeden Fall offen geblieben. Hey, Chef, schon wieder Imposter. Caruso, Caruso, Reapers, ich, war ein Weitens, als er gestorben ist. Ich glaub tatsächlich, dass es entweder TJ ist, oder Sabine und Mia. Ne, TJ hätte mich killen können. TJ kann ich tatsächlich proven. Nein, 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 ich wollte ihn beschützen die ganze Runde, damit er nicht stirbt. Aber er ist noch weggerannt. TJ kann ich komplett proven. Also Chef, Chef war vielleicht gar kein so dummer Call von Romatra. No joke. Aus die Kommission haben Revy und TJ, oder was? Nein, ich hab nur Revy aus die Kommission. Aber TJ könnte theoretisch hochgelaufen sein, Caruso. Ja, ich war gerade oben da beim, beim Download oder was das da war. Caruso. Wahrscheinlich hat er schon noch gekillt, aber ich bin gerade erst angekommen. Dieser eine Romatra wurde auf Chef. Geil. Ich weiß gar nicht, wo ich hätte jemanden killen sollen aus der, aus der Position. Ne, du bist einfach ein Mörder und du moderierst immer an, wenn du Mörder bist. Punkt. Okay, fette Sau. Hast du mich gerade fette Sau genannt? Ne. Doch, hast du. Digga, warum so toxic? Ich bin keine fette Sau, lass das. Wer ist dann eins? Ich. In allerletzter Sekunde angemacht, deswegen bin ich free. So, bevor du mich jetzt gleich verdächtigst, ich kann es nicht gewesen sein, weil ich stehe gerade bei Revy. Und wer war da noch? Tim Jacken, glaube ich. Ich möchte dazu aber sagen, dass Chef Strobel gerade einen weirden Step auf einen gemacht hat, weil er dachte, wir wären alleine. Da ist nur mal so in den Raum geworfen und dann bin ich schnell zu Tim gelaufen. Ich bin einfach nur in deine Wischen gelaufen. Weil ich habe erstmal... Du bist in meine Wischen gelaufen. Du bist auf mich zugestürmt mit einem Messer. Wo seid ihr hier drei? Wir sind im Lab oben. Und das Gute ist, dass Tim Jacken meinen Rücken hat, der Ehrenbruder. Ja, dann muss der Kill... Oder wo sind Sabine und Mia? Ich stehe bei der einen Kamera, also diesem einen Kamerabereich unter Lab im Freien. Mia habe ich auch actually mit Tim gesehen bei diesem Labyrinth-Ding. Ja, Mia hat sich sau-sau-komisch bewegt, aber das kann ich schwer einschätzen bei... Rezones du denn? Revy, TJ und Chef. Wie lange warten wir zusammen? In Lab gerade... Chef ist gerade erst reingestabt, legit. Und TJ und ich waren eine ganze Runde zusammen. Ich habe meine allerletzte Aufgabe gerade in Lab gemacht. Oben rechts die Gläser abgeholt. Bro, du wolltest mich abstechen. Mit wem wachst du überhaupt? Meter. Ich gebe Chef mit Wolfgang. Ich finde Chef... Karuso, wie bist du denn so schnell nach Abwehr gekommen? Karuso ist auch mega Platz. Wer ist der zweite? Der hat sich muted. Mal Karuso, Alter. Mute dich wirklich. Das Ding ist, wenn ich ihn jetzt töte... Wenn ich ihn jetzt töte... Ich weiß, dass ich killen muss, aber das Problem ist halt, wenn ich ihn jetzt töte... Dann ist Lost. Dann ist Lost. Ich muss auf einen richtigen Moment warten, Leute. Ich muss hier irgendwo einen umbringen. Ja, hier. Zack. Wer ist denn in Electrical? Oder war er gerade in Electrical? Ich stand kurz davor, hab ich mir weggegangen, weil es dann aus war. Okay, also Chef ist... Wer hat den linken Seismic gefixt? Ich. Äh, Reapers. Ich bin gerade hingelaufen noch am Ende, dann war er schon fertig. Ich hing unten in Reapers drinne. Und Tim Jacken kann das Proven. Tim Jacken kann das Proven? Ich wurde Rewi. Warum? Rewi ist am Anfang in Reapers reingelaufen. Ja, jetzt am Ende. Was tut mich das? Ich bin gerade erst aus dem Fall. Der Buddy liegt am rechten Seismic Simulator. Der wurde gekillt, nachdem gefixt wurde anscheinend. Oder währenddessen. Okay. Okay. Mia und Reapers kann es nicht gewesen sein. Wer kann es nicht gewesen sein? Wer kann es nicht gewesen sein? Mia kann es nicht gewesen sein. Mia und Reese. Alle waren bei mir links. Alle. Ja, alle vier. Ey, Reapers. Mia ist aber sofort nach rechts gelaufen danach. Ich glaube nicht, dass die gleiche sofort ein Kill gemacht hat. Nee. Nee, ich glaube also... Für den Kill kann ich die vier ausschließen. Und da du gechokt hast... Ich finde... Ich fand immer noch ein bisschen... Wo warst du? Wo warst du? Ich stehe außerdem neben Communications. Ich war an Lifelines und hab halt den Kill getrackt. Sau weird. Ich stehe links von Communications. Ich bin zu electrical laufen. Hast du keine Aufgaben? Nee, ich bin ruhig. Ich bin fertig mit meinen Aufgaben. Mhm. Wir müssen jetzt hier aber flippen. Wir sind auch fast fertig mit Tars, aber wir riskieren... Ich finde, ich finde, dass Caruso super weird ist, to be honest. Wenn Reapers sagt, er kann TJ, Mia und Reezy saven. Wo hat er denn? Wir haben jetzt am Ende. Ich kann nur... Ich war in Coms. Da hast du mich gesehen auf Lifeline. Dann kam der Alarm. Ich bin straight up hochgerannt. Ist halt ein weiter Weg. Da war es schon zu Ende. Reeves kommt mir vom Steg entgegen. Ich wollte halt hoch. Dann sind wir zusammen wieder weg. Und dann habe ich gesehen, wie Mia von Nix kam. Ich vote hier Rewi. Wenn Reeves gelogen hat... Hä, warum denn ich, Bro? Ich war doch unten. Du sass die ganze Zeit irgendwelche Leute, Digga. Du bist auch selber hyper sass, Bro. Du hättest ihn genauso grad killen können und einfach self-reporten können. Ja, das ist schon... Ich war die ganze Zeit mit Tim Jacken unterwegs. Ja, okay. Dann werde ich dich auch voten. Ich war die ganze Zeit mit Tim Jacken unterwegs. Er kann proven, dass ich ihn hätte 2000 Mal töten können, Digga. Los, mach Tars fertig. Der Zeit unterwegs stimmt auch nicht. Der war bei mir. Wer hat denn noch Tars überhaupt? Bro, ich war gerade das erste Mal. Eine Sekunde nicht mit ihm unterwegs. Das ist so dumm, Alter. Das ist wirklich wieder so ein dummer Vote. Nein, es ist f*** Karuso. Was macht der? Beide Imposter-Mate. Digga, beide Imposter haben mich gevotet. Checkmate. Karuso nice gespielt, Bro. Nice. Aufgaben. Wir sind gleich durch. Digga, wieso machst du denn die Tür auf? Digga. Achso, es ist so dumm. Dieser Vote ist einfach nur wieder so zufällig gewesen. Wir sind wirklich ein komplett zufälliger Vote. Wirklich. Ein komplett zufälliger Vote einfach. Warum votet sie auch nicht Karuso? Warum votet sie nicht Karuso? Ich check das nicht, Mann. Andre, wie super. Das war richtig random einfach, ob er es war oder nicht. Deswegen würde ich noch wen rausvoten. Weil es so sehr random war. Dass keiner Karusos hast, verstehe ich nicht. Weil wir müssen die Imposter nur einen töten, dann haben wir verloren. Ey, sogar die Crewmates sagen, dass das ein random Vote war. Es war ein komplett zufälliger Vote. Mia hat geskippt. Ich check das nicht. Das Ding ist, Karuso ist wirklich super, super sus. Es gab keinen Anhaltspunkt, dass ich da irgendwo war. Ich hing im Vent drinne. Wollt ihr echt voten jetzt? Ich glaube, Karuso, dass er nicht so ein Play machen würde. Das wäre zu heftig. Ach, keine Ahnung, also. Wie viel Druck wollte ich? Ja, moin. Hat Mia jetzt wieder geskippt? Hat sie wieder geskippt jetzt? Bitte nicht. Ja. Impossible, Bro. Jetzt fick's nicht da, Mia. Bring Karuso doch um. What the f***? Jungs, immer noch nicht alle Tasks. Was ist denn da los, ey? Mia, was hast du denn so gemacht? Ich bin rumgelaufen. Meine Tasks sind fertig. Nee, du bist mir sowas von hinterher gestimpt. Ich hatte so Angst vor dir. Also das Ding ist, Mia, am Ende als Alarm losging, bist du einfach da in das Gebäude rein, bei Electrical. Ja, weil ihr alle schon da hingelaufen seid. Was soll ich mich denn da... Bei Electrical kannst du die Schalter ja zurücksetzen. Das hatten wir ja in der Runde davor. Mia ist es nicht. Wenn Mia Electrical war, dann ist es Mia-Wia wieder nicht. Ich hab's ja... Ich seh nur, der Alarm geht an, ich renne an dem Gebäude vorbei nach oben und du gehst halt da rein. Woher wusstest du denn, dass an dem rechten Seismic einer steht? Wenn Mia in Electrical war, dann kann Mia der Kill nicht gewesen sein, wegen Lifeline und Admin. Der Kill liegt auf Admin. Der Kill liegt auf Admin. Vielleicht fliegt jetzt noch Tim Jacken raus. Vielleicht holt sie's doch noch. Ey, ich bin zu Gott, dass du's nicht warst mit dieser Aktion da vorher. Ich finde das von Karuso jetzt auch irgendwie ziemlich auffällig, dass er sagt, er will das jetzt skippen, um möglichst schnell rauszukommen. Ja, aber er kann's nicht gewesen sein, wegen dem Unmuting da. Nein, Mia, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt den falschen rausvoten, Mia, dann haben wir verloren, weil der Imposter dann nur noch einen Kill braucht. Sie hätte, sie hätte den Tast jetzt auf Tim Jacken leiten müssen. Nein, wir als Crewmates skippen wir jetzt hier. Ja, aber alle sagen, sie haben keine Tasks mehr, versteh ich das richtig? Ich hab alle, ich hab eine Tasks noch. Okay. DJ, dann Bruder, dann hau rein, Alter. Ja, aber alle Türen wurden richtig schön vor mir zugemacht. Das war richtig schön. Ja, okay. Das war ich. Dass hier keiner mal auf einen Vote geht, Digga. Dass die halt Karuso nicht einfach unber... Ach, Digga. Geh nichts für den Baiten hier. Tu's nicht. GG, es war Reese, oder? Nein, es war... Es war Mia, what? Mia hat... Ich sag doch die ganze Zeit. Mia hat unmöglich den... Sie hat unmöglich den Kill gemacht auf Reapers. Sie hätte jetzt einfach Karuso töten können und es auf Tim schieben können. Für mich gab's doch keinen wirklichen Anhaltspunkt und sie hat einfach mich verkauft. Ey, Mia, Mia... Es tut mir leid, ich hab nicht gerafft, dass ich bin anders voten muss, damit du nicht rausflickst. Ich dachte, du bleibst drin. Ich hab mich sogar gefreut, weil ich dachte, okay, ist ja nur ein Vote mehr. Du hättest gerade auch Karuso killen können und es auf Tim schieben können und so, weil Tim halt auch ein bisschen sass war so und Reese wär mitgegangen. Es hätte so viele Möglichkeiten gegeben. Ja, aber wenn ich... Der Vote eben bei mir war auch wirklich sehr, sehr zufällig. Das hat Tim eben auch gesagt. Es war wirklich sehr, sehr random. Ich war halt im Vent drin. Hey, Revi, ich hätte dich auch noch viel mehr verteidigt eigentlich, aber... Ja, ist halt doof gelaufen so. Und da hatν Half Planke, oder? Das war so... Und da幸 Bis zum nächsten Mal.